Der Zahnarzt zieht Zähne mit der Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Der Zahnarzt zieht Zähne mit der Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Ich sage etwas in Arabisch. Sie können die Zahnarzt und die Zahnarzt werden. Sie können die Zahnarzt und die Zahnarzt werden. 100,000 von einer Partie und andere 100,000 von einer Partie. Sie kämpfen zusammen. 23 Millionen Syriens müssen in der Zahnarzt leben, weil diese 200,000. Die Zahnarzt werden. Wo ist Omar? Sie sind nicht da. Wo ist er? Ich habe die Zahnarzt. Es ist nicht möglich. Oder Omar ist nicht möglich. Jetzt gib uns ein bisschen Zeit. Wie kann man das fixieren? Ich weiß nicht. Ich brauche die Zahnarzt. Oder ich brauche die Zahnarzt. Und wenn man keine Zahnarzt hat, dann muss man die Zahnarzt verlassen. Ich habe die Zahnarzt. Ich habe die Zahnarzt. Ich habe die Zahnarzt. Ich habe die Zahnarzt. Masel, das ist am中共. Also habe ich vollständig warum ja不管! Nichts? Ich habe die Zahnarzt. Ich habe die Viblie Kraftgefühl. Das war er. Ich habe welche zu threatens. Die Tochter stompni? Ich habe eine Zahne gesehen. Ich habe eine große CDU. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht.